Herzlich Willkommen bei Eckstein TV. Heute mit dem Spezial Eckstein TV unterwegs. Wir als Freie Evangelische Gemeinde München Südost haben eine ganze Reihe internationaler Gemeindemitglieder. Und deshalb sind auch wir von Eckstein TV bestrebt, weltweit nach den besten Ideen für unser neues Gemeindehaus zu suchen. Ich melde mich heute aus Taiwans Hauptstadt Taipei und habe hier eine tolle Entdeckung gemacht. Bevor ich euch die aber zeige, zeige ich euch erstmal, dass ich wirklich in Taipei bin. Dazu gehen wir in meinem Hotelzimmer mal ans Fenster. Ihr seht hier zwei im Bau befindliche Hochhäuser. Und zwischen den beiden linken Kränen kann man im Hintergrund den Taipei 101 entdecken. Das zweithöchste Gebäude der Welt. Und hier in Taipei habe ich folgende Entdeckung für unser neues Gemeindehaus gemacht. Dazu gehen wir mal ins Badezimmer meines Hotelzimmers. Und hier gibt es den sich über einen Bewegungssensor automatisch öffnenden Toilettensitz. Dazu gehört auch diese Fernbedienung, mit der ich den Sitz wieder schließen kann, oder öffnen kann, oder wieder schließen kann. Ich kann auch beide Sitze öffnen. Und das Beste ist, dass der Toilettensitz auch sogar beheizt ist. Und das ist ein tolles Gefühl, kann ich euch sagen. Wäre das nicht eine gute Idee für unser neues Gemeindehaus? Das werde ich dem Bauteam mal vorschlagen, wenn ich wieder zurück bin. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Soweit zu Eckstein TV Spezial, Eckstein TV unterwegs. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen und Tschüss. Schau den Bau. Schau den Bau. Schau den Bau. Schau den Bau.